Die Bullen sind noch nicht fertig. Tatsächlich ist die Schwäche, die sich ein bisschen angedeutet hat hier in den letzten Tagen, es ging nicht mehr weiter, vorläufig zumindest mal erstmal so halbwegs überwunden worden. Es sieht danach aus, als ob die Marktteilnehmer erst nochmal ein bisschen weiter gehen wollen. Nichtsdestotrotz, am übergeordneten Bild hat sich eigentlich nicht wirklich viel verändert. Also auch für den bullischen Arm, den wir ja hier hatten, wenn wir hier nochmal so diesen scharfen Aufwärts-Move hier sehen, ein Rücksetzer wäre nach wie vor eigentlich ganz in Ordnung. Es sieht so ein bisschen aus, als ob das jetzt nicht sofort passiert, wenn wir hier im 4-Stunden-Chart gucken. Ich würde mal fast sagen, möglicherweise ist das hier erst nochmal 1, 2, 3, 4 und dann kommt noch die 5 und anschließend erst der Rücksetzer. So, was ist passiert? Wir haben gesagt, naja, wenn es einen Rücksetzer gibt, dann kann man da long gehen. Es gab keinen Rücksetzer, zumindest mal nicht in der angegebenen Größe und dementsprechend war da noch nicht wirklich was verloren oder eben zu holen auf der anderen Seite. Nichtsdestotrotz, diesen Rücksetzer, den fände ich super klasse, denn er würde uns zwei oder drei Sachen eigentlich ermöglichen. Einerseits günstigere Einstiegskurse, weil es nochmal ein bisschen runter geht. Das zweite, eine Bestätigung dessen, dass die starke Seite stark ist, also die Aufwärtsseite stark ist und die Abwärtsseite schwach würde. Also, das weiß ich ja noch nicht, ob das so passiert, aber wenn es dann entsprechend aussieht, irgendwie so A, B, C beispielsweise, das gibt dann eben eine klare Aussage. Mensch, wenn du das durchstößt, ja, das ist es nicht, das ist die falsche Richtung und zack, es geht nochmal in die Richtung. Und drittens, es würde auch diejenigen, die jetzt noch am Seitenrand sitzen und sagen, sollen wir schon, können wir schon, dann mit reinnehmen ins Boote, die dann eben durchaus nochmal auch auf dieser Seite dann ein Einstiegsszenario haben, das dann entsprechend nutzbar ist. Also, alles ganz toll, was den aktuellen Markt angeht. Manch einer wundert sich, Mensch, das ist doch so negativ gesprochen, ich muss es, glaube ich, nicht jedes Mal erwähnen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich übergeordnet noch, zumindest beim Dow Jones, ein bisschen Fragen offen habe. Ich bin da noch nicht so 100% glücklich mit der Anstiegsbewegung, die wir hier haben. Zumindest mal kann man eigentlich noch nicht so richtig glücklich sein. Da befürchte ich, dass später noch ungemacht droht. Aber was sollen wir jetzt schon über das Ungemachte Zukunft reden, wenn es vorher noch eine Party zu feiern gibt? Und diese Party scheint aktuell ja voll im Gange zu sein. Und dementsprechend wollen wir das Ganze nicht schlecht reden. Erwartungshaltung, naja gut, das, was wir vorne haben, diese Bewegung seit dem Tief, das Tief war hier Ende Oktober. Seit dem Tief ist eigentlich meine Erwartungshaltung, bekommen wir das nachher nochmal. Also ihr seht, da ist durchaus noch ein bisschen Potenzial da. Ich mache es mal ein wenig größer, dann könnt ihr das besser vielleicht sehen. Also das, was vorne dann stattfindet, nach der Pause hinten nochmal, das ist so ungefähr das Mindestausmaß, von dem wir typischerweise ausgehen. Aber wie gesagt, Voraussetzung ist, dass das Korrektiv hier in die Mitte reinläuft, so halbwegs mit der Fibonacci. Die kennt ihr inzwischen, dass ich das immer wieder erwähne. Also das wäre für mich eine wichtige Voraussetzung, wenn er das dann macht. Da bin ich super gerne auf der Long-Seite vorläufig, zumindest mal für dieses Teilstück mit dabei. Also jetzt Long einsteigen, zumindest mal im großen Bild nicht. Es gibt hier noch das ein oder andere Long-Signal oder ein mögliches Long-Signal. Ihr seht hier diesen blauen Balken schon. Und dazu gibt es im Born for Trading nachher mehr. Vielleicht mache ich da auch ein Trade is Darkest noch draus. Dann habt ihr das dann ebenfalls auch nochmal aus dieser Perspektive. Also ihr seht, da haben wir vielleicht nochmal eine Chance für ein kurzes Intermezzo. Aber ihr wisst, diese Handelssignale sind losgelöst von dieser generellen Mechanik. Also ihr seht, das muss auch nicht immer klappen. Ihr seht, hier hatten wir zum Beispiel etwas, da ging das oben schief, aber erst auf der Unterseite, auf der Short-Seite war es dann klasse. Also das muss nicht jetzt bedeuten, dass dieser Trade jetzt gut wird. Mal sehen, was es wird. Also die konkreten Marken habt ihr entweder schon oder kriegt ihr noch im Trade des Tages. Dann könnt ihr euch das ein bisschen, oder könnt ihr das nachvollziehen, was wir da jetzt als eine Möglichkeit haben. Die andere Seite ist eben, wenn es korrektiv runterläuft in den mittleren Bereich. Ihr könnt da Fibonacci einzeichnen, tiefster Punkt, höchster Punkt, da wir den höchsten Punkt noch nicht haben, weil es noch nicht runter geht. Den höchsten Punkt weiß ich dann, wenn es anfängt runter zu kommen. Im Moment geht es aber nicht runter so richtig. Also macht das noch wenig Sinn, das jetzt hier einzuzeichnen. Aber ganz grob kann man sagen, wenn es so in die Mitte zurück geht, dieser Anstieg, die Mitte zurück, das korrektiv in irgendeiner Form, also dreiwellig oder sehr wackelig mit Kursüberschneidung, dann wäre diese Voraussetzung gegeben. Anschließend noch ein Bruch des Zwischenhochs, klasse. Ihr seht, also ich bereite mich auf die Short-Seite so ein bisschen gedanklich vor, aber Short-Seite nur in diesem kleineren Bild. Also damit müssen wir rechnen. Aktuell, naja, ist das so ein bisschen unausgewogen. Wir sind zwar relativ zügig hier mal runtergelaufen, ja, aber auch wieder relativ zügig nach oben. Damit wurde das kaputt gemacht. Wäre das klar korrektiv, hätte man gesagt, ja, okay, jetzt ist der Markt schon entschieden. Aber im Moment ist das noch so ein Geeiere in beide Richtungen. Da weiß ich nicht, ob man das hier beim Dow Jones gut erkennen kann. Dann wechseln wir halt zu den Kollegen. Was macht denn der S&P? Da gilt das Gleiche, ja, also Jahresendrallye mit Chancen auf neues Jahreshoch oder vielleicht sogar Allzeithoch. Beim S&P, da hat sich nichts dran geändert. Also das ist ja völlig unverändert. Also der Gedanke war das, dann hier nochmal eine Pause und dann nochmal das. Und dieser letzte Anstieg, da sind wir jetzt ja schon auf dieser Höhe in etwa. Der hat beste Chancen auf Jahreshoch und vielleicht sogar Allzeithochniveau noch weiter zu laufen. Im Moment sieht es zumindest mal danach aus. Aber bevor es die Früchte gibt, muss es auch durchaus nochmal ein bisschen in die Korrektur gehen. Das ist hier quasi das Gleiche, was wir beim Dow hatten. Schub hoch, jep, wackelig runter haben wir noch nicht. Ich weiß nicht, ob das wackelig ist. Es kann auch steil runtergehen. Der Vorteil ist, wenn es steil runtergeht, kann ich es nicht verwechseln für die Longseite. Das heißt, dann gehe ich nicht mehr Long. Wer jetzt Long ist, der muss sich natürlich die Gedanken machen. Dann zieht er den Stop eng hinterher, von mir aus Parabolik mäßig. Wobei auf Tagesebene ist das nun mal nicht eng. Machen wir uns nichts vor. Gucken wir mal im 4-Stunden-Chart. Ist schon fast zu eng jetzt hier. Aber zumindest wer noch jetzt drin ist in der Long-Position und sagt, irgendwas muss ich doch jetzt tun, der könnte jetzt vielleicht wechseln im 4-Stunden-Chart auf diese Punkte-Parabolik. Eine Alternative wäre auch der Supertrend, dass man sagt, na gut, Rüdiger, nicht ganz so eng, aber dann doch schon hier in der Nähe möchte ich bleiben. Also eins von den beiden Supertrend-Parabolik finde ich nicht schlecht. Die sind nicht super, nicht im Sinne von, die können gar nicht scheitern, die sind manchmal auch doof, aber sie sind tendenziell im Trendfall relativ gut mit begleitend. Und wenn der Trend eben in die Schwäche kommt, wenn er aufhört, dann bin ich ja ganz froh, wenn ich da die Position schließen kann. Also insofern wäre das eh gar kein Problem. Also rechnet auch hier damit, dass wir bald mal einen Rücksetzer sehen. Bisher ist der noch ausgeblieben. Im Moment sieht es noch danach aus, als ob wir immer noch in dieser ersten Aufwärtsbewegung sind. Wenn der Kurs einen korrektiven Rücksetzer macht, in die Hälfte der Strecke rein, tiefster Punkt gemessen, höchster Punkt gemessen, in die Hälfte dieser Strecke wieder rein. Ich mache es mal ein bisschen größer, dann könnt ihr es vielleicht besser erkennen. Dann habt ihr ganz gute Voraussetzungen, wenn er diese Zwischenhochs hier toppt, das war eigentlich anders zeichnerisch gedacht, also wenn er diese Zwischenhochs hier toppt, dann eben nochmal die Longseil. Das ist genau das gleiche Bild, was ich beim Dow eben angesprochen habe. Und dann vielleicht so ähnlich, fünffällig, das, 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 vielleicht hier so ähnlich, ja, und dann kommt hier nochmal irgendwann eine Viertel und eine Fünfte. Die Größenordnungen sind jetzt mal nur einfach grob geschätzt. So könnte das in etwa aussehen und würde alle begeistern für die Jahresendrallye. Na gut, also wir sind ja mittendrin, rechnet aber mit dem Rücksetzer. Seid darauf gefasst, dass das passieren kann. Wer diese enge Stop-Variante nicht will, für den wären Stops hier unten drunter die Lösung. Oder eben die 78er-Marke, die ich ganz gerne verwende, die nicht immer vorteilhaft ist. Wir werden da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was den DAX angeht. Aber an sich kann man sagen, wenn der Kurs hier durch ist, statistisch der Anstieg nicht mehr so groß. Das heißt, man kann statt hier unten drunter zu stoppen, hier stoppen. Und man hat im Regelfall einen Vorteil, einen statistischen in der Geschichte. Na gut, also ihr seht schon, ich würde jetzt nicht auf die Short-Seite massiv wechseln. Es sei denn, ihr seht Intraday was. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Der war super. Der war zumindest mal wackeliger als beim DAO. Aber ich hätte auch hier so ein bisschen Sorgen, dass wir wenig Überschneidung haben. Also ich traue mich nicht auf die Short-Seite jetzt hier nach diesem Ding hier. Dann warten wir halt, bis der Kurs da ankommt und versuchen dann nochmal auf die Long-Seite mit aufzuspringen. Wer schon ist, ist ja fröhlich dann. Wer dann die Position erweitern will oder wer jetzt die Position noch nicht gesetzt hat, also das verpasst hat, der freut sich, dass er da noch einen Einstieg kriegt oder aber zumindest einen Hinweis, dass die Long-Seite weiterläuft. So, Nasdaq ersparen wir uns jetzt das Ausführliche. Ihr seht, das ist ziemlich exakt das Gleiche. Ja, also beim Nasdaq haben wir eine ähnliche Situation, dass das gut geht. Hier haben wir auch Bornbar, also das haben wir jetzt hier überall, diese blauen Dinger. Und dementsprechend, wenn er den Ausbruch hier wagt, in Ausbruchsrichtung handeln, wie gesagt, die Marken habt ihr entweder schon oder kriegt ihr vielleicht noch, je nachdem. Schaut euch das dann gegebenenfalls an. Ansonsten, wackeliger Rücksetzer wäre hier aus Elliott-Wellensicht gar nicht so untypisch. Und anschließend dann die Erwartungshaltung. Alte Jahreshoch, vielleicht das Allzeithoch, nochmal durchstoßen, halte ich für durchaus sinnvoll. Aber vorher gerne nochmal ein bisschen korrektiv. Anders als die anderen, hier sieht es so ein bisschen aus, als ob wir hier sogar noch ein 3-Weller im 5-Minuten-Chart haben. Dann, guckt mal den Nasdaq hier an. Also nur dieses hintere Ende, was wir hier haben, also möglicherweise will er noch gar nicht runter. Ich mache mal hier vom tiefsten Punkt da zum höchsten Punkt. Er ist immerhin bis zur 38er, also mutige voraus. Hier ein Long-Einstieg, das ist das Zwischenhoch vom 13. November, 14.40 Uhr, ungefähr bei 15.575, 76, so in der Richtung. Beim Future müsst ihr natürlich gucken, was ihr dann entsprechend handelt. Allerdings gebe ich euch zu bedenken, das ist nicht die erste Welle. Ihr könnt also nicht sagen, dass diese Welle gleich lang ist. Warum nicht? Weil das gilt für die dritte Welle so lang wie die erste. Aber der Kurs kam von unten. Ihr seht das hier. Ich weiß also ziemlich sicher, das ist nicht zwingend die erste Welle. Und deshalb habe ich ein bisschen Sorge über das Ding hier. Also was die 1 zu 1 Projektion angeht, da halte ich mich mal vornehm zurück und sage, ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht. Zumindest mal kann ich die Regel dieser 1 zu 1 Projektion im Rahmen der dritten Welle wie die erste hier nicht anwenden, weil das nicht zwingend die erste Welle ist. So einfach kann es sein. So gut. Also wollen wir mal gucken. Zum Abschluss nochmal einen Blick auf den DAX. Ja, da hatte ich es eben erwähnt. Da hatten wir ja eine Einstiegsvariante hier auf den Hammer, den wir hier auf dieser Seite hatten. Ihr seht das hier unten. Klassischer Hammer. Long Einstieg. Darüber haben wir gesprochen. Der Markt läuft. Super. Wir für uns haben uns aber entschieden für einen, auch beim Future, für einen Stop, der ein bisschen höher liegt. Ich muss dazu sagen, der Future ist sogar ein bisschen tiefer gegangen wegen Nachthandel. Insofern wäre das eh das egal gewesen. Aber für diejenigen, die die Analyse hier machen für den Aktienmarkt allgemein, es ist zumindest mal nicht auf einen tieferen Punkt gegangen und läuft jetzt hier nach oben. Also ihr seht, die 78er Stop-Variante ist nicht perfekt in allen Situationen, aber sie gibt eine ganz gute statistische Ergebnisse wieder. So, mehr gibt es eigentlich hier nicht zu sagen. Beim DAX natürlich genau das Gleiche. Zack, 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 zack. Und wenn der dann anfängt, in die Korrektur, auch hier sehr gerne nochmal eine weitere Aufwärtsrichtung. Also, alle warten aufs Chriskin. Ne, in dem Fall auf die Korrektur. Vielleicht also, dass der Belzebub vorher nochmal kommt. Hoffentlich ganz klein ausfällt. Und dass man dann eben ein bisschen günstiger und mit dieser Bestätigung eben reingehen kann. Dafür spricht einiges. Sieht zumindest aktuell nicht nach einer scharfen Abwärtsbewegung aus. Die kann passieren. Deshalb, auch wenn ich hier von positiver Markterentwicklung spreche, rechnet damit, dass es anders kommt. Rechnen mit einem Stopp. Beziehungsweise rechnet damit, die Positionsgrößen so zu machen, dass, wenn ihr auf der falschen Seite liegt, ihr sagen könnt, ja, ärgerlich, aber ist ja auch nichts Schlimmes passiert. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Bitte vergesst das niemals. In diesem Sinne bleibt mir nicht viel anderes übrig, als euch zu sagen, toi 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 für eure Entscheidung. Rechnet also damit, dass bald in allen vier Indizes, die wir uns angeguckt haben, eine Pause, ein Rücksetzer passiert. Ist der Korrektiv, können wir anschließend sehr gerne wieder long gehen. Ist er steil runter, werden wir uns das natürlich morgen und die Tage immer wieder angucken und dann mal auswerten, was wir damit machen können. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.